Die 2. Change. A Homeless Survival Experience. Beginnen. Ja, wir müssen noch in den Spiel starten. Man kann gar nicht abspeichern. Es gab Updates und es ist die gleiche Geschichte wie letztes Mal. Aber ich wollte es halt nochmal vorstellen, weil ein paar Patches gelaufen sind. Und ja, immer noch das gleiche. Wir brauchen Essen, Dach über den Kopf. Wir brauchen einen Job und wir können dann eine Wohnung mieten. Ja, die Geschichte fängt hier wie letztes Mal auch an. Da hat sich nichts dran geändert. Hier unten, der nette Mensch ist fürs Tutorial zuständig. Und... Ja. Wir können es machen, aber... Ja, sprechen wir mal an. Und wie ihr seht, der Zeiger ist geblieben. Der Bug ist repariert. Äh... Ja. Ne. Jetzt muss ich hier mal gerade was gucken. Äh... Sound. Ach, hier ist ein neuer Optionsmenü, wie ihr seht. Musik muss ich glaube runterziehen. Das ist viel zu laut. Und... Da machen wir mal auch ein bisschen weniger. So, jetzt sollte es besser gehen. Auto-Eat gibt es jetzt. Fast Start. Ja, okay. Fullscreen, V-Sync. Und das Optionsmenü hat sich ein bisschen geändert, ne. Aber... Sonst nix. Hier haben wir noch nix. Das ist Scrap. Das ist die Flasche, die wir eben gekriegt haben. So, dann wollen wir mal zusehen. Ich glaube, das Spiel ist dann auch in Pause gewesen. Und da müssen wir mal schauen. Back here. Spare some change. I got nothing. Die Dame. I don't have any change. Und... I got any change. Na, das war nix. Hier können wir noch was lernen. Vielleicht sollten wir das mal tun. Studying. Zwei Bücher. Haben wir ein bisschen was gelernt. Ist gut für den Job, ne. Wie spät haben wir es denn? 13. Dann können wir noch mal zwei Stunden machen. Haben wir noch eins dazu gewonnen. Jetzt haben wir Level 5, oder was? Ja. So, nochmal. Machen wir nicht. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja wieder zuschauen müssen, dass wir auch... Äh, sag schon. Äh, na. Ne Unterkunft noch finden. Oh, jetzt ist es ja noch warm, oder so. Open. Bisschen Müll hier noch sammeln. Dass wir das verkaufen können. Was haben wir hier? Da ist ne Bar. Können wir uns einen trinken. Aber erstmal machen wir hier noch ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass wir hier gleich noch unterkommt. Ein Hostel, oder wie hieß es, haben. Und... Ach, Jobs kann man da kriegen, ne. Wo ist angehalten? Wo ist angehalten? Okay. Dürfen wir jetzt nicht betteln. Und da gibt's ne Bücherei, da kann man... Ach ne, da wollte ich jetzt nicht rein, ne. Aber da kann man schlafen gehen, und das wird auch Zeit. Äh, foot drive. After. Okay, da haben wir dann verschlafen. Alles klar. Das war dann wiederum zu spät, ne. Läuft, oder? Also, wir können nichts mehr tragen. Auch sehr schön. Und ich glaube, jetzt kommt die Nacht. Und, ja. Müssen wir gucken, wo wir da auf dem Bürgersteig schlafen, ne. Da ist ein Hund in der Nähe. Soll ich den jetzt irgendwie... Ne, möchte ich gar nicht. Passiert da was? Okay. Aha. Ach so, wir haben ja gar nichts mehr. Dann können wir jetzt weitergehen. Die Nacht ist schon rum. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Zeug loswerden. Da gibt's einen Job. Da fragen wir mal nach. Ja, 10. Da müssen wir noch ein bisschen was lernen. Dann könnte das klappen. Aber wir müssen erstmal Müll verkaufen. Schrott. Zum Schrott hinter müssen wir. Ja, wir können mal gerade hier hingehen. Dann waschen wir uns. So, dann sind wir auch wieder sauber. Happy sind wir noch. Aha, da ist ein Laden, wo wir was zu essen kriegen. Da ist eine Bank oder was? Kann man denn jetzt irgendwo unseren Müll loswerden? Da ist wieder ein Dingens. Na? Wird's denn noch was? Ah, hier ist es. You have 20-Piece-Tuschseis. So, 1,60 gibt's dafür. Nicht viel, aber etwas. Ja, klar möchte ich ein Sandwich. Da haben wir jetzt wenigstens 8 dazu gekriegt. Okay. Nee. Nee. Okay. Dann sammeln wir hier noch den Müll auf. Es ist schon wieder gleich dunkel. Ja, so ist das. Okay. Ah, hier in der Toilette. Okay. Bus-Service. Okay. Das scanne ich noch nicht. Das ist neu, würde ich sagen. Park-Club-Bus-Service kostet 1 Euro. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, das nicht in Anspruch zu nehmen. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir in der Untergrund finden. Da ist nochmal eine Toilette. Da ist nochmal eine Toilette. Okay. Und diesmal hat's geklappt. Aber wir haben nix zu essen. Das ist unser Problem noch. Ja, okay. Okay. Gut. Okay. Gut. Das sammeln wir auf. Das sammeln wir auf. Gehen wir weiter. Können wir nicht mehr, kann das sein. Äh, hier gibt's nen Job-Fan. Äh, hier gibt's nen Job-Fan. 30, okay. Schaffen wir nicht. Ne, geht wohl nicht, ne? Sind wir voll oder so? Einmal waschen. Achso, ist schon 100. Ich warte jetzt auf ne Animation, aber der kam nicht. Äh, open. Da können wir mal gerade gucken, dass wir noch schnell was zu essen kriegen. 6,60 schaffen wir nicht. Seife, okay. Ne. Komm, dann nehmen wir da einen von. Von Leaf. So, jetzt müssen wir schnell noch gucken, dass wir... ne Übernachtung kriegen. Die war ja auch nicht so ganz so weit weg, oder? Der ist da. Ich glaube sofort hier vorne kam doch auch hier der Recycler, oder? Ja, da. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Okay. Schneller. Schneller. Ja, ich glaube das haben wir noch geschafft. Okay. Charity eben. Hm. Das passt alles. Aber das hier würde ich auch gerne mitnehmen. Wie geht das? Rest. Ach so, wenn ich jetzt nochmal da schlafe, dann kriege ich das... Ja. Von besseren Nichten haben wir mal geträumt, oder wie war das? Today ist das. Okay, da muss ich also heute noch gucken, dass ich hier wieder wegkomme. Den Scrap hatten wir noch verkauft, oder? Die liegt es ja hier. Da ist die Polizei. Okay, hier ist eine Toilette, das ist auch gut. Aber wir sind schon sauber. Da brauchen wir also gar nicht. Da brauchen wir also gar nicht. Okay, da passiert nix. Okay, da hat uns aber was gegeben. Ich tinke, tue ich doch gar nicht. 87 sauber. Okay, da müssen wir weg. Da kommt der Cop. Aha, da haben wir ein bisschen gekriegt. Jetzt kommt wieder der Cop. Da ist eine Bar, aber da will ich jetzt nicht rein. Er hat selber nix. So, jetzt wird's mit der Zeit schon... Ah, da ist auch eine Übernachtungsmöglichkeit, also kein Ding. Da sind wir wohl voll. Jetzt können wir noch ein Stück weiter gucken, ob wir hier irgendwo noch unser... Da kann man auf jeden Fall nochmal grad waschen. Und... Any change? Nö. Hier können wir grad noch was zu essen besorgen. Wenn's denn geht. Okay, das nehmen wir mit. Okay, das ist so ein Greifer ist das, ne? Ja, nützt nix. Wir brauchen eine Unterkunft. Die war hier vorne ja irgendwo. Da ist sie. Und dann mal da hin. Und das ist heute. Na, das andere war beim anderen. Da gab's die Bildung. Jetzt gibt's hier. Okay, dann machen wir das. Jetzt haben wir... Oh, Johanger, ne? 40 war jetzt aber nicht Ohl Johanger, oder? Also hier ist es nicht grad warm, aber es ist besser wie draußen zu schlafen. Draußen wird's Schnee. Da gibt's Schnee. Und draußen steht einer, der hat leider keine Unterkunft gekriegt. Na, da ist die Frage, ob wir den jemals wiedersehen, sagten sie. Ja, Winter ist kaum. Ja, aber das war so anders mit... Voll den Hunger, ne? Ah, doch, jetzt hat's das gegeben. Alles klar. Okay. Habe mal was gekriegt. Ja. Das ist noch zu. Was ist das jetzt für eine interessante Melodie? Musik? Muss ich mir Sorgen machen. Increased Begging Success Rate. Okay, da ist ja auch schon mal was, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Da ist die Bar, die möchte ich aber nicht besuchen. Ein bisschen Geld kriegen wir. Sehr schön. Mhm. Und wenn man noch ein paar Mark kriegt, oder? Mark sind's ja nicht, ne? Na, der läuft einfach weiter. Und? Nix. Einmal waschen. 13 Uhr haben wir auch schon wieder. Ach, wir waren schon gewaschen. Alles klar. Okay, da ist die Polizei. Dann gehen wir mal besser vorbei. Und irgendwo hier war doch der Recyclinghof. Genau. Dann kriegen wir auch noch ein paar Kräuten zusammen. Wieder 1,60. Okay. Dann nicht. 15 Uhr. Oha, da ist das Hostel. Okay. Kann er nicht. 16 Uhr. Ah, da ist ein Kopf. Kurz noch ein paar Meter geguckt, was hier noch so ist. Ne. Dann lass uns zurückgehen. Und schlafen. Rest. Und das war hier das Lernen. Today sogar. Okay. Dann ist ja gut. Ich frage, ob's klappt. Ja. Also es gibt noch ein Bett für mich. Dann setzen wir uns hin. Und okay, Justin. Wenn wir fertig sind zu schlafen, sehe ich ein Kind. Okay, das Kind. Ah. Man muss immer an sich selber auch denken, ne. Das ist... Ja, schwierig, ne. Ganz schwierige Entscheidungen sind dann da drin, oder? Okay, du gibst es ab. Ja, dafür haben wir ein Sandwich gekriegt. Ja. Gut. Und dann haben wir ein Buch gekriegt. Eine Lehrstunde. Okay. Jetzt sind wir hier wieder beim Bus-Stop. Für einen Dollar kannst du dann da hinfahren, wo du hinbrommen musst, möchtest oder so. Mhm. Ja, holen wir uns grad was zu essen. Schokolade. Zehn Hunger. Und geteilt durch Happiness. Teilt sich das dann, oder was? Ich nehm das Sandwich. Geh dann wieder. Achso, wir können wieder was einsammeln, ne. Da ist der Cop. Zeitung. Cop ist weg. Können wir ja nochmal betteln. Nicht funktioniert. Da können wir uns auf jeden Fall waschen. Machen wir auch. Hallo. Lief. Ein bisschen hat er. Das ist gut. Ein bisschen war ganz schön viel. 12 Uhr haben wir. Jetzt müssten wir noch eine Bücherei mal finden oder sowas. Okay, gucken wir mal nach dem Job. 40, wir haben aber nur 23. Aber das ist ja schon eine erträchtliche Summe, ne. Da kommt der Cop wieder. Ja. Da ist eine Übernachtung. Und hier ist die Bücherei. Die nehmen wir erstmal nochmal. Für zwei Stunden. Und ein Buch gekriegt. Wir haben jetzt 24. Leave. Und gucken wir mal zu, dass wir da ins Bett kommen. Gain some food items if you rest here in one day. Okay. Also müssen wir eine Nacht später das nochmal hier umbringen. Another day is over. Ja. Also ich habe noch ein Bett gefunden. Und da kommt irgendein anderer. Und der sagt, das ist sein Bett. Aha. Und dann möchte man ja irgendwas. Hm. Was heißt no? Yes. No. Ich habe schon einen Schlag ins Gesicht gekriegt. Oh. What sleep doesn't come tonight. Okay. Dann bin ich... Habe ich einen auf die Nase gekriegt. Jo. Gut. Werte sind schlecht vom... Dingens. Sag schon. Äh. Happiness. Aber wir haben 25 geschafft. Kommen wir aber nochmal. Und... Einer geht noch. So. Und dann geht auch nichts mehr, weil wir dann auch nicht mehr... Na. Gehen wir mal raus und gucken, dass wir eine Toilette finden. Okay. Hier können wir noch einen Job finden. 27 und 10. Apply. Morgen kommen wir wieder. Gut. Okay. Das war jetzt nicht viel. Wir müssen aber gucken, dass wir jetzt erstmal eine Waschgelegenheit noch finden. Und da ist eine Bar. New Perks. Explore Perks. Aber check your inventory. Was gab's denn jetzt hier für ein Ding? Das hier. Explorer. Increased Walk Speed. Aha. Wir werden also schneller. Ja. Gut. Nichts gibt's. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnellstens irgendwo eine Unterkunft kriegen. Essen ist auch grad schlecht. Das Bier macht happy. Ja. Können wir nicht. Okay. So. Jetzt haben wir noch keine Unterkunft. Ne. Da ist eine Bücherei. Bringt uns aber auch grad nicht weiter. Und wir brauchen unbedingt ein Bett. Gibt's hier was zu essen? Das Sandwich. Und weiter geht die Reise. Schnellstens noch gucken, dass wir eine Nacht irgendwo schlafen können. Ah. 20 Uhr. Das war's wohl. Was macht die Bar? 7 Uhr abends haben wir auf. Okay. 6 Dollar. Hätten wir. Aber das bringt uns alle nicht weiter, ne? Ja. Wir wollen jetzt irgendwo schlafen. Das stimmt. Aber jetzt wohl draußen. So ein Shit. Das wird unsere Happiness dann zum Schluss noch runterziehen. Ne. Ich möchte jetzt nichts, dass mich... Ah. Okay. ich konnte der sache widerstehen und der winter ist vorbei ja gut okay dann würde ich aber sagen machen wir hier die folge zu ende unsere errungenschaften können wir hier sehen ja wir haben noch keine wohnung wir haben 27 wir haben noch das sandwich das habe ich jetzt gerade gegessen wie ihr seht und ja das hier scrap exchange for money at the trading depot und was das ist scratch card click to use keine ahnung ja auf jeden fall haben wir wieder einen weiteren einblick von dem spiel gehabt das hat sich ein bisschen was getan der bug ist auf jeden fall raus das war besonders gut hier sind war walk speed etwas schneller da kann man auch ganz viele sachen kriegen increased hunger river crime shelter recovery and shelters okay und was war das hier street sorry increase begin success radar da war dass wir besser betteln können sozusagen ja happiness is down das ist wohl das größte problem in dem spiel mit wir müssen uns mal waschen ja gut da sieht man das halt was geht und was nicht geht okay dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ja irgendwann sehen wir uns dann in anderen projekten wieder ich bedanke mich recht herzlich auf jeden fall ist dann tschüss